Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir zur Weihnachtszeit ungefähr das 36er Set von den ZIC Clean Color Real Brush Stiften bestellt und habe mir gedacht, da ich das jetzt in den letzten Tagen sehr intensiv getestet habe, mache ich so eine kleine Review draus. Das Ganze ist demnach also kein Langzeittest, sondern so eine Art erster Eindruck. Wie gesagt, ich habe sie halt in den letzten zwei Wochen ungefähr relativ intensiv getestet. Ich kann auch leider keinen Vergleich zu anderen wasserlöslichen Stiften ziehen, aber ich werde im Folgenden immer mal wieder darauf eingehen, wo so der Unterschied liegt zu klassischer Aquarellfarbe und ob es vielleicht eine geeignete Alternative zu Copics ist, die ja doch recht teuer in der Anschaffung sind. Erstmal so das Grundlegendste, die ZIC Clean Color Real Brush Stifte sind Stifte mit Dye Ink Tinte auf Wasserbasis. Also das heißt, Wasserbasis bedeutet, dass sie sich auch mit Wasser verblenden lassen. Darf man nicht verwechseln mit Alkoholbasis. Zum Beispiel Copics bestehen auf oder beruhen auf Alkoholbasis. Die sind dementsprechend wasserfest. Es gibt von den ZIC Clean Color Real Brush Stiften diverse Sets. Also es gibt, ich glaube, Vierer Sets. Es gibt ansonsten ein Zwölfer Set, ein 24er Set, 36, 48, 60 und sogar ein 80er Set. Aber sie sind auch einzeln erhältlich. Da zeige ich später nochmal was dazu. Und sie haben eben diese Pinselspitze, also die aus einzelnen Borsten tatsächlich besteht und nicht eine Filzspitze. Was ich noch dazu sagen möchte, weil es doch irgendwie ein recht wichtiger Punkt ist, irgendwo, wenn man eine Review macht oder Stifte bewertet, ist natürlich die Preissache. Und zwar habe ich mir die Stifte bei Amazon gekauft. Da gibt es einen Importartikel von den Stiften. Und da sind sie tatsächlich ungefähr 50 Prozent günstiger, als ihr sie bekommt, wenn ihr sie bei, ich sage mal, herkömmlichen Bastelshops kauft. Also ich habe es persönlich noch nirgendwo günstiger gefunden als jetzt bei Amazon. Ich werde euch das Ganze auch in die Infobox verlinken. Also wenn ihr euch für diesen Importartikel interessiert, dann schaut mal in die Infobox. Ja, wie gesagt, 50 Prozent ist natürlich ein Wort. Das heißt, wenn die Stifte doppelt so teuer sind, vielleicht würde ich sie dann nochmal ein bisschen anders bewerten. Wie gesagt, ich bewerte sie jetzt halt nach dem Preis, den ich gezahlt habe. Also ungefähr 40 Euro für das 36er Set, was ich mir jetzt hier geholt habe. Was ihr halt bedenken müsst, wenn ihr euch dann den Amazonartikel kauft, den Importartikel, ist, dass es halt eine ganze Zeit lang dauert, bis es bei euch ankommt. Also ich habe so ungefähr drei bis vier Wochen gewartet, bis der Artikel bei mir zu Hause war. Und was halt vielleicht noch sein könnte, ist, dass Zoll draufkommt. Also ich hatte keine Probleme. Ich musste keinen Zoll bezahlen. Vielleicht sollte man das aber ja im Hinterkopf behalten, dass man eventuell nochmal, ich glaube, 20 Prozent Zoll drauf bezahlen müsste. Aber selbst wenn das jetzt gekommen wäre, wäre ich immer noch besser, als wenn ich mir das jetzt in einem deutschen Bastelshop gekauft hätte. Ja, damit ihr die Stifte direkt mal in Action seht, koloriere ich hier auch gleich mal einen Stempelabdruck und ihr könnt euch ja quasi selbst einen Eindruck davon machen, wie das Ganze funktioniert und ob euch das Ganze so gefällt. Ich gehe später dann aber auch nochmal explizit auf ein paar Eigenheiten von den Stiften ein. Links könnt ihr auch schon mal ein Beispiel euch angucken, wie eine Koloration mit den SICK-Stiften aussehen kann. Ganz wichtig ist, dass ihr für die Stifte ein wasserfestes Stempelkissen oder wenn ihr das selber malt, einen wasserfesten Liner-Stift verwendet. Das heißt, das Stempelkissen oder der Liner muss Tinte haben, die nicht auf Wasserbasis besteht. Sonst passiert es euch, dass ihr mit den SICK-Stiften, beziehungsweise wenn ihr Wasser noch verwendet, in Kombination, dass ihr euch eure Outlines verschmiert. Ich habe jetzt hier das Stays-On-Stempelkissen verwendet, also in Jet Black. Es gibt aber auch von Ranger die Archival-Ink-Reihe, die auch sehr gut für Aquarelltechniken geeignet sein soll. Also ganz wichtig, die Stifte beruhen auf Wasserbasis, also braucht ihr Tinte, die nicht auf Wasserbasis besteht, damit sie wasserfest ist. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten und Wege, diese Stifte zu verwenden. Ihr seht jetzt am Anfang, wie ich die Stifte ohne Wasser benutzt habe. Wie ihr hoffentlich erkennen könnt, lassen sich die Farben untereinander super miteinander verblenden. Ihr solltet bei der Technik aber immer mal euren helleren Marker an einem Schmierpapier oder an einem Tuch vorsichtig abtupfen, weil sich die dunklere Farbe, also in meinem Fall jetzt das dunkle Orange, sonst auf die hellere Pinselspitze überträgt. Also ihr fügt damit euren Stiften keinen Schaden zu. Ihr solltet das allerdings trotzdem abtupfen, damit ihr, wenn ihr das nächste Mal den Marker benutzt, nicht plötzlich Orange malt statt Gelb, wie ihr eigentlich wolltet. Was mir jetzt aber wesentlich besser gefällt von der Technik her, ist, wenn man die Stifte zusätzlich noch in Kombination mit Wasser benutzt. Ich habe jetzt hier einen Wassertankpinsel benutzt, also das heißt, das Wasser fließt automatisch nach. Hier könnte man natürlich auch einen normalen Pinsel mit einem Wasserbecher benutzen. Wie ihr seht, lassen sich die SIG Marker wunderbar mit dem Wasser anlösen und anschließend auch verblenden, beziehungsweise dann auch nochmal dunklere Schattierungen nochmal hinzufügen, auch andere Farben und so weiter. Ihr könnt damit wundervolle Aquarelleffekte erzielen und wie gesagt, ihr holt dadurch, dass ihr das mit Wasser verblendet, nochmal zusätzliche Farbschattierungen aus euren Stiften heraus. Also das heißt, je mehr Wasser und je weniger Farbe ihr benutzt, desto heller wird eure Farbe. Das finde ich besonders gut geeignet, wenn man Schattierungen machen will, was man ja eigentlich irgendwo immer mal machen muss. Um das mal mit Copics zu vergleichen, Copics sind natürlich alkoholbasierte Marker, wie schon gesagt, und funktionieren daher auch ganz anders. Aber ihr braucht bei Copics zum Beispiel für jede Farbschattierungen einen separaten Marker oder es empfiehlt sich zumindest. Man hat einen gewissen Spielraum, aber keinen allzu großen. Das heißt, was ich farbtechnisch mit den SIG Markern mit nur einer Farbe machen kann, dafür bräuchte ich in Copics gerechnet mindestens zwei bis drei Farbtöne von den Copics her. Diejenigen unter euch, die schon mal mit klassischer Aquarellfarbe gearbeitet haben, werden die Aquarelltechniken bezüglich der Farbverläufe wahrscheinlich schon kennen. Der Unterschied zu den SIG Markern ist jedoch, dass man zumindest in meinen Augen wesentlich einfacher und auch einen wesentlich höheren Kontrast erzielen kann. Also zumindest jetzt im Vergleich zu den Aquarellfarben, die ich verwende. Klassische Aquarellfarben sind ein relativ schwieriges Malmedium, würde ich mal sagen. Also man muss definitiv erstmal damit üben, um damit gut klarzukommen und die Ergebnisse zu erzielen, die man auch haben will. Das ist jetzt nicht grundlegend anders bei den SIG Stiften. Also es ist nicht so, dass wenn man keine Ahnung von Aquarell hat, dass man sofort super easy mit den Stiften klarkommt und alles damit tun und lassen kann, was man möchte. Es ist also in Kombination jetzt mit dem Wassertankpinsel nicht unbedingt fail safe. Aber ich finde, die Lernkurve ist doch wesentlich flacher. Wer also bisher noch keinen Erfolg mit klassischen Aquarellfarben hatte oder sich einfach mal generell an das Medium Aquarell herantasten möchte oder einfach gar nicht so einen großen Aufwand treiben möchte, dem kann ich die SIG Marker nur ans Herz legen. Was man aber unbedingt beachten sollte, bevor man die Stifte kauft, ist, dass man auch das passende Papier dafür zu Hause hat. Das heißt zwar immer, jetzt die klassische Aquarellfarbe soll man auch nur auf Aquarellpapier verwenden, aber grundsätzlich kann man damit eigentlich auf jedem Papier rumkritzeln, um ein bisschen damit zu experimentieren. Das ist auch im gewissen Sinne bei Copics ähnlich. Also man soll eigentlich Copics nur auf Copic-geeignetem Papier verwenden, aber wenn man ein bisschen qualitative Abstriche in Kauf nimmt, kann man auch Druckerpapier verwenden, um einfach mal Farbswatches zu machen oder ein bisschen was zu experimentieren. Bei den SIG Stiften macht die Papierwahl leider einen sehr gravierenden Unterschied. Also Druckerpapier kann man gleich komplett vergessen. Ich finde, da wird die Farbe so schnell ins Papier reingesaugt, dass man das Ganze fast überhaupt nicht mehr verblenden kann. Also selbst mit weißem Bastel-Cardstock, der meiner Meinung oder meiner Erfahrung nach ein bisschen besser funktioniert, wenn ich das Ganze jetzt mal mit klassischer Aquarellfarbe und Copics vergleiche. Selbst bei dem Bastel-Cardstock ist der Erfolg leider eher mau. Also ich habe jetzt hier das von Faltkarten getestet. Vielleicht funktioniert anderer Cardstock besser. Auf jeden Fall lässt sich das hier zwar halbwegs verblenden, aber die Oberfläche wird, also von dem Papier, wird durch das Wasser einfach zu sehr aufgeraut und löst sich dann ab. Also wird dann das Farbergebnis einfach fleckig. Wenn man weniger Wasser verwendet, passiert das zwar nicht, aber dafür ist dann wiederum die Kante vom Swatch noch erkennbar. Also meines Erachtens ist auch das Papier eher nicht für die SICK-Stifte geeignet und ja, im gewissen Sinne dann auch zu schade, um es dafür zu benutzen. Gute Ergebnisse erzielt ihr mit Aquarellpapier. Ich habe jetzt hier ein Aquarellpapier von Rossmann benutzt. Ihr solltet aber bei jedem Aquarellpapier ähnlich gute Ergebnisse erzielen können. Die Farbe der Stifte lässt sich auf dem Papier wirklich verblenden wie Butter. Und vor allem im Vergleich zu Druckerpapier sind das wirklich komplette Welten, die sich das unterscheidet. Das Papier weicht bei dem Aquarellpapier auch nicht auf. Also das Problem, was ich bei dem Cardstock hatte, haben wir hier auch nicht. Nicht logischerweise, weil das Aquarellpapier natürlich auch dafür gemacht ist, dass man damit Wasser arbeitet. Das mag jetzt vielleicht klingen, als würde ich hier an der falschen Stelle sparen wollen mit dem Papier. Im gewissen Sinne stimmt das wohl auch, aber ich bin einfach jemand, ich experimentiere sehr gerne. Ich möchte einfach mal manchmal Farbverblendungen ausprobieren, Techniken ausprobieren. Ich möchte einfach nicht immer ein Meisterwerk erschaffen. Manchmal möchte ich einfach nur kolorieren ohne Sinn und Verstand und möchte dafür einfach nicht das kostbare Papier benutzen, sage ich mal in Anführungszeichen. Ich finde es einfach sehr praktisch, wenn ich die Möglichkeit habe, auch günstiges Papier zu benutzen. Selbst wenn ich natürlich qualitative Abstriche machen muss, muss man natürlich dazu sagen. Wie gesagt, das ähnliche Problem haben wir auch mit den Copics. Also theoretisch sollte man Copics nur auf Copic-geeignetem Papier verwenden, weil das Ergebnis dann einfach besser aussieht und auch die Tinte länger hält, weil sie auf dem Druckerpapier zum Beispiel sehr stark aufgesogen und dann euer Marker leergesogen wird. Aber es funktioniert eben noch in einem gewissen Rahmen und das funktioniert halt bei den Sigmarkern so schlecht, dass man es auch meiner Meinung nach gleich komplett lassen kann. Gut, das ist jetzt zwar natürlich schade, aber kein K.O.-Kriterium. Ich finde aber, man sollte es zumindest wissen, dass man auch Aquarellpapier braucht, bevor man die Stifte kauft. Und man sollte auch darauf achten, wenn man die Stifte mal austestet, dass man es auch auf dem Aquarellpapier mal testet, um sich eben von dem vollen Potenzial der Stifte ein brauchbares Bild auch machen zu können. So viel also erstmal zur Koloration. Jetzt gehe ich nochmal kurz auf ein paar Eigenheiten der Stifte ein, die bei der ersten Anwendung vielleicht nicht gleich ersichtlich sind. Also erstmal die große Besonderheit der Sig-Stifte liegt, wie der Produktname ja schon verrät, an der Pinselspitze. Die besteht nämlich tatsächlich aus einzelnen Borsten und ist nicht, wie bei den meisten anderen wasserlöslichen Stiften, zum Beispiel auch bei den Copics unter anderem, die jetzt wie gesagt keine wasserlöslichen Stifte sind, sondern Alkoholmarker, die bestehen nicht aus einer Filzspitze. Ob das jetzt ein Vorteil oder Nachteil ist, ist Geschmackssache, muss jeder selber entscheiden. Ich denke, im Endeffekt muss man es vielleicht auch einfach mal ausprobieren und schauen, was einem besser gefällt. Durch die dünne Pinselspitze lassen sich aber auf jeden Fall sehr dünne und auch dickere Linien bequem ziehen. Also das heißt, wenn ihr sehr detailliert koloriert, also kleine Stempelmotive zum Beispiel, sind sie schon mal gut geeignet. Man kann auch sehr einfach größere Flächen damit ausmalen. Genauso sind sie aber vermutlich auch für Kalligrafie deswegen sehr gut geeignet. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich damit keinerlei Erfahrung habe und deswegen da auch nicht drauf eingehe. Die Verarbeitungszeit mit Wasser ist bei den Stiften unheimlich lang, was mich sehr positiv überrascht hat. Also ihr müsst beim Kolorieren wirklich keine Angst haben, dass ihr zu langsam in der Verarbeitung seid, weil die Farben sich sonst nicht mehr verblenden oder mit dem Wasser anlösen lassen. Das ist ja zum Beispiel bei Copics so, dass ich mich da manchmal ein bisschen hetze, damit die Farbe quasi noch nass genug ist, damit ich sie gut verblenden kann. Das ist bei den Stiften wirklich nicht der Fall. Also man kann sich wirklich gemütlich Zeit lassen, man kann etwas gemütlich ausmalen und man sieht quasi den Unterschied nicht, ob man da jetzt sich beeilt hat oder nicht. Beziehungsweise im Gegenteil, wenn man sich nicht so sehr beeilt, sieht es wahrscheinlich sogar noch ordentlicher aus. Ich habe einfach mal aus Spaß die Swatches vom Vortag nochmal versucht zu verblenden und selbst nach 24 Stunden lassen sich die Swatches tatsächlich noch recht gut anlösen. Also man sieht die Kanten zwar noch, aber man sieht sie bei weitem weniger, als ich erwartet hätte. Aber ja, man muss natürlich der Fairness halber dazu sagen, wer wartet schon einen ganzen Tag mit dem Verblenden oder mit der Koloration. Also nochmal bei der normalen Kolorationsverarbeitungsdauer, selbst wenn man sich viel Zeit lässt, lassen sich die Farben wirklich richtig schön verblenden, ohne dass man die Swatchkanten noch sieht. Was mir persönlich sehr wichtig war, weil das meine größte Angst war, als ich mir die Stifte zugelegt habe, dass man diese Kanten, diese Strichkanten noch sieht, wo ich ursprünglich den Strichen gemacht habe, sieht man so gut wie nicht. Es gibt ein paar Farben, da habe ich das Gefühl, da funktioniert es besser und es gibt ein paar Farben, da habe ich das Gefühl, es funktioniert ein bisschen schlechter. Aber alles und allem bin ich wirklich sehr zufrieden damit, funktioniert wirklich sehr gut, möchte ich mich nicht beschweren. Also dafür kriegen die SICK-Stifte einen fetten Daumen hoch von mir. Auch ein positiver Punkt, der mich letztlich davon überzeugt hat, mir auch die SICK-Stifte zuzulegen, statt jetzt zum Beispiel die Artist-Aquarellstifte von DuCrafts, die ja nochmal eine Spur günstiger sind, ist, dass es die SICK-Stifte auch einzeln zu kaufen gibt. Denn es ist natürlich so, dass man bestimmte Farben einfach häufiger benutzt als andere. Das kommt jetzt natürlich auf die Person an, sei es jetzt, ob das jetzt bestimmte Lieblingsfarben sind oder dass man ja viele Erdtöne einfach braucht oder sehr viel Hautfarben braucht. Kommt immer darauf an, was man macht. Aber es ist definitiv Tatsache, dass man bestimmte Farben einfach häufiger braucht und die entsprechend schneller leer gehen als andere. Und da finde ich das einfach super praktisch, mir die Stifte dann einzeln nach Bedarf nachzukaufen und nicht gleich das komplette Set nochmal kaufen zu müssen und dann ZICK-Farben doppelt zu haben, die einfach noch voll sind, weil ich sie jetzt nicht so häufig benutze. Es kommt jetzt hier natürlich darauf an, wie intensiv man damit malt. Wenn ihr jetzt nicht so oft mit den Stiften malt oder nur kleine Stempelmotive damit koloriert, werdet ihr wahrscheinlich oder vielleicht gar nicht in die Situation kommen, wo ihr euch einzelne Stifte nachkaufen müsst. Bei meinen Copics kann ich aber zum Beispiel nur sagen, dass ich schon so oft den Fall hatte, dass bestimmte Farben leer waren, während manche Farben einfach noch von der Originalfüllung her fast komplett voll sind, weil ich sie einfach nicht so häufig benutze. Von daher, wenn man Copics nur in Sets kaufen müsste, ja, das wäre für mich ein No-Go, vor allem bei dem Preis. Was ich auch noch halt praktisch finde, dass man sich die einzeln kaufen kann, ist, dass man sich damit sein gekauftes Set von der Farbpalette her nach dem eigenen Geschmack erweitern kann. Zum Beispiel bei dem 36er Set, was ich mir jetzt geholt habe, finde ich, sind leider zu wenig Lila-Töne nach meinem Geschmack dabei und leider kein vernünftiger Türkiston. Also da würde ich gern noch ein paar Stifte einzeln mir zulegen, möchte mir aber nicht nur deswegen gleich das größere Set kaufen, weil da einfach auch Farben dabei sind, die ich von der Farbauswahl her einfach nicht brauche. Also wie gesagt, für mich ist das ein positiver Punkt, wo ich letztlich gedacht habe, ja, dann kaufe ich mir lieber die SICK als die Artiststifte, auch wenn die Artiststifte vielleicht ein bisschen günstiger sind. Wie gesagt, qualitativ kann ich da leider keinen Vergleich ziehen, weil ich die Artist-Aquarellstifte einfach nicht habe. Zum Schluss will ich schließlich jetzt noch auf die Frage eingehen, die ich am Anfang in den Raum gestellt habe, und zwar, ob die SICK-Stifte eine Art Alternative zu den teuren Copic-Markern sind. Ich muss dazu sagen, natürlich ist das jetzt ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen. Also die SICK-Stifte, wie gesagt, sind auf Wasserbasis, damit wasservermalbar. Dagegen sind die Copics auf Alkoholbasis und damit wasserfest. Die besondere Eigenschaften jetzt von den Alkoholmarkern, also von Copics, ist zum Beispiel der sehr einheitliche Farbauftrag, den man damit erzielen kann und dass sich verwandte Farben vor allem sehr gut miteinander verblenden lassen. Man muss ganz deutlich sagen, dass sich der Look von Copic-Kolorationen oder sagen wir einfach mal von Alkoholmarkern-Kolorationen, er ist einfach ein anderer als Aquarell. Es sieht einfach anders aus. Also wenn ihr unbedingt denselben Look wie von Copics erzielen möchtet, dann seid ihr bei den SICK-Stiften an der falschen Adresse. Leider, da gibt es einfach keine Alternative. Also wenn euch der Look gefällt von Alkoholmarkern, dann müsst ihr euch auch Alkoholmarker kaufen. Aber die Farbbrillanz von den SICK-Stiften ist sehr gut. Also das heißt, man kann einen sehr guten Kontrast erzielen und auch Schattierungen sehr einfach umsetzen, was man auch mit Copics kann. Wie schon gesagt, man braucht halt bei den Copics eine höhere Farbauswahl, um den Kontrast oder beziehungsweise diese Schattierungen zu erreichen. Aber es sieht dann einfach, ja wie soll man das sagen, es hat eine gewisse Wirkung. Und ich denke, für allem für Laien, die überhaupt nicht wissen, was Alkoholmarker sind, denen wird es wahrscheinlich kaum auffallen, ob ein Stempelabdruck jetzt mit Copics oder mit den SICK-Stiften koloriert worden ist. Vorausgesetzt, der Zeichner hat sich mit den Stiften jeweils ein bisschen auseinandergesetzt. Also wie gesagt, der Look ist zwar ein anderer, also das heißt, man sieht den Unterschied zwischen Copics und den SICK-Stiften schon zum Teil auch sehr deutlich. Aber die Wirkung, also die man zum Beispiel durch den Kontrast und durch Schattierungen erreichen kann, die Wirkung ist zumindest in meinen Augen sehr ähnlich. Wer also einen schmalen Geldbeutel hat oder einfach nicht so viel Geld für Alkoholmarker ausgeben möchte, weil das doch ja schon sehr teuer werden kann, dem kann ich die SICK-Stifte nur ans Herz legen. Ihr Geld sind sie auf jeden Fall wert. Letztendlich ist nur die Frage, welches Set man sich da zulegen sollte. Ich finde, das 36er-Set, was ich mir zugelegt habe, ist eine solide Wahl. Also man hat eine große Auswahl an Stiften, also an Farbauswahl und kann durch die Verwendung mit Wasser nochmal einiges mehr rausholen. Wie gesagt, durch die Farbschattierungen. So viel mehr Stifte braucht es eigentlich nicht. Also eventuell kann man sich noch überlegen, ob man sich das 48er-Set kaufen möchte. Ich denke, so im Nachhinein hätte ich vielleicht doch eher das 48er-Set bevorzugt. Aber ich denke, mehr Stifte müssen es wirklich nicht sein. Also ich finde, das 60er- und das 80er-Set sind schon irgendwo übertrieben. Wobei ich damit jetzt natürlich auch nicht sagen will, dass es nicht schön ist, wenn einem die erweiterte Farbpalette zur Verfügung steht. Aber ja, wer da ein bisschen sparen möchte, ich denke, ein 48er- oder das 36er-Set sollte ausreichen. Und selbst wenn ihr jetzt wirklich nur sehr wenig Geld ausgeben könnt oder möchtet, finde ich, kann man sich auch durchaus die kleinen Sets, also das 12er-Set zum Beispiel, mal ansehen. Wie gesagt, durch die Verwendung mit Wasser kann man sehr viel aus einer Farbe an Helligkeitsschattierungen rausholen. Also es braucht einfach nicht diese Masse an Farbauswahl. Also das heißt, wenn ihr es einfach mal nur testen möchtet und ihr habt nicht so viel Geld übrig oder wollt nicht so viel Geld dafür ausgeben, vielleicht möchtet ihr euch ja zum Beispiel das 12er-Set einfach mal angucken. Ja, ihr Lieben, und das war meine Review zu den SICK Clean Color Real Brush Stiften. Ich hoffe, ich habe euch damit ein bisschen weiterhelfen können. Vielleicht habe ich ja euer Interesse geweckt oder beziehungsweise euch auch in der Entscheidung helfen können, ob ihr euch klassische Aquarellfarben kauft oder lieber die SICK Stifte oder lieber doch Copics. Ich finde, alle drei Sachen haben ihre Daseinsberechtigung. Also ich möchte keins von den drei Medien missen. Aber ja, man kann sich natürlich nicht immer alles kaufen. Von daher hoffe ich, dass ich euch ja in der Hinsicht ein bisschen weiterhelfen konnte. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Kolorieren und kreativ sein und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss, macht's gut!